Herzlich Willkommen zum Thema Fördermittel für Coaches, Trainer und Berater. Alle drei haben gemeinsam, dass sie in der Regel für Neustarter die Herausforderungen enthalten, dass sie nicht sofort davon leben können. Denn wenn du keine vollen Auftragsbücher hast und einen großen Kundenstamm, brauchst du eine gewisse Zeit, bis du Umsetzer zielst, Überschüsse, sodass du davon persönlich auch leben kannst. Und das weiß die Politik, das wissen die Ämter und geben deshalb auch Fördermittel für deinen beruflichen Start. Und in diesem Video erhältst du, welche es gibt, die häufigsten, aber auch, wie du diese Mittel erhalten kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin seit über 25 Jahren inzwischen in dieser Branche als Coach, als Trainer und inzwischen auch als Berater tätig. Deshalb kenne ich die Herausforderungen und weiß auch, welche Fördermittel es gibt und welche nicht. Ich selbst konnte damals nicht alle beantragen, weil ich damals als Beamter in die Selbstständigkeit gewechselt bin und dann kriegt man kein Arbeitslosengeld eins und damit fällt zum Beispiel der Gründungszuschuss weg. Und dieses Förderprogramm ist auch das häufigste, was die Coaches und Trainer, die wir begleiten bei der Gründung, auch beantragen und bewilligt bekommen. Die Voraussetzung ist relativ simpel. Du hast als Angestellter in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt, hast einen Anspruch auf ALG 1 oder vielleicht sogar schon einen Bescheid, dann hast du die Option, diesen Gründungszuschuss zu beantragen. Vorausgesetzt von dem Bewilligungszeitraum hast du noch mindestens 5 Monate, also 150 Tage. Und das, was du bekommst, ist mindestens den Gründungszuschuss für 6 Monate plus eine Verlängerung von 9 Monaten mal 300 Euro. Im Durchschnitt ergibt das bei unseren Kunden ca. 10.000 Euro. Wenn du allerdings keinen Anspruch hast auf ALG 1 und Gründungszuschuss, dann hast du Anspruch auf andere Fördermittel, sofern du den Antrag gestellt hast auf Bürgergeld, also jemals ALG 2 auch genannt. Dann kannst du tatsächlich weitere Mittel hinzu beantragen, nämlich LES und EGS. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Der große Vorteil ist beim Jobcenter, also wenn du Bürgergeld hast, dass du auch Mittel bekommst für deine Anschaffung oder Investitionen. Das gibt es übrigens beim Arbeitsamt nicht. Dieses Programm nach § 16c SGB II, also Sozialgesetzbuch II, ermöglicht dir, Leistungen zur Einlehnung von Selbstständigen zu beantragen. Was kann das sein? Stell dir einfach mal vor, jemand ist beim Jobcenter über Monate oder Jahre in der Liste als Empfänger, dann kann das Jobcenter sich relativ schnell ausrechnen, wie viel das für die weiteren Jahre noch kosten wird. Also eine dreiköpfige Familie oder fünfköpfige, nun das sind schnell mal 1.000 bis 3.000 Euro im Monat, was dort bezahlt wird. Und das mal 10 oder 20 Monate ergibt dann nur mal 30.000 oder 60.000 Euro. Und bevor das Jobcenter einfach dieses Geld gibt zur Lebenserhaltungsfinanzierung, dann sagt das Jobcenter vielleicht eher, dass es Sinn macht, dich zu fördern, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Bedeutet also, du kannst hier über diesen Paragrafen, über dieses Programm, Leistungen zur Einlehnung von Selbstständigen, tatsächlich Zuschüsse zu beantragen für Investitionen. Das kann Betriebs- und Geschäftsausstattung sein, also Erwerb zum Beispiel von Laptop, technischen Geräten oder vielleicht auch Waren als Erstlagerausstattung. Oder vielleicht kannst du auch einen Betrieb übernehmen, eine kleine Gastronomie oder andere Gewerbebetriebe. Zusätzlich zu dem Zuschuss, den du hier bekommst, in der Regel bis 5.000 Euro, kannst du auch noch weitere Mittel bekommen als Darlehen. Und das ist zinslos und wird in der Regel auch erst getaget, wenn dein Unternehmen gut läuft. Aber das ist längst noch nicht alles. Denn zu deinem ALG2, wo ja Miete, wo Lebenshaltungskosten und Krankenversicherung etc. mit drin ist, kannst du außer Investitionszuschüsse oder Darlehen noch Mittel für die Einlehnung bekommen. Dieses Einstiegsgeld, das hier abgebildet ist, das kannst du beantragen, normalerweise auch als Angestellter, aber auch als Gründer. Das heißt, hier kriegst du nochmal zwischen 50, 100 bis 200 Euro, je nachdem, wie hoch dein ALG2 hier, dein Bürgergeld war, kannst du das beantragen für ein bis zwei Jahre. Und das ist auch nicht rückzahlbar. Das ist auch ein Zuschuss. Darüber hinaus können beide Antragsteller, also sowohl beim Arbeitsamt als auch beim Jobcenter, noch einen Antrag auf Beratungsförderung stellen. Und das ist nicht zu unterschätzen, denn du brauchst ja einen plausiblen Finanzplan, einen plausiblen Businessplan und du brauchst drittens eine fachkundige Stellungnahme, also ein externes Gutachten, dass du davon sehr wahrscheinlich leben wirst, also Tragfähigkeitsgutachten. Und all das kostet Geld. Und das wissen auch die Politiker, das wissen auch die Ämter und haben dafür ein extra Förderprogramm aufgesetzt, vorausgesetzt, du findest ein Berater oder Beratungsunternehmen, was hierfür zertifiziert ist, nämlich für die Verrechnung eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins. Wie läuft das bei uns in der X-Group ab? Unsere Kunden kommen mit diesem Gutschein oder sie wissen es noch nicht, dann kriegen sie von uns ein Antragsformular und beantragen ein AVGS und der wird ausgestellt über 3.000 bis 6.000 Euro für eine Online- oder Offline-Beratung. Das bedeutet, du musst noch nicht mal deine Wohnung verlassen und findet über Videokonferenzen, wenn du nicht das Büro aufsuchen möchtest, dann die komplette Beratung statt und auch die Erstellung eines fachkundigen Gutachtens, also ein Tragfähigkeitsgutachten. Die Agenturen oder die Jobcenter nennen das eine fachkundige Stellungnahme. Das alles wird in der Regel über ein bis zwei Monate abgebildet und du hast dann zum Schluss alle Unterlagen vollständig für die Beantragung dieser Fördermittel und zweitens wirst du auch vorbereitet, denn diese Beratungsgutscheine bilden alle relevanten Themen ab, nicht nur deine Unternehmerpersönlichkeit oder der Businessplan, sondern auch zum Beispiel steuerliche Themen, rechtliche Themen, Marketingthemen, Salesthemen, all das kann hier besprochen werden. Darüber hinaus gibt es auch für die Gründungen, die du vielleicht vorhast, die Kapital bedürfen, auch noch weitere Förderprogramme. Und hier ist es ganz wichtig, dass selbst die Darlehen, also Mikrodarlehen beispielsweise, die du in der Zukunft zurückzahlen wirst, trotzdem subventioniert sind. Was bedeutet das? Normalerweise, wenn du jetzt zur Bank gehst als Gründer, kriegst du wie viel Geld? Richtig kein Geld, weil du drei Jahre Abschlüsse, Bilanzen, BWA, Einnahme, Überschussrechnung erstmal abbilden musst, damit die Bank dir überhaupt Geld gibt, denn die Bank bewertet deine Kreditanträge in der Regel aufgrund der Ergebnisse deines letzten Wirtschaftsjahres und da hättest du Zinsunterhöhung abbilden, also tragen müssen, damit du jetzt dieses Darlehen bekommst und da du keine Vergangenheit hast als Gründer, kriegst du auch nichts. Deshalb ist es super wichtig, dass du auch wertschätzt, dass diese Mikrodarlehen dadurch überhaupt gegeben werden, weil das Land, der Bund oder Institutionen für dich eine Garantie, eine Bürgschaft geben. Das heißt zum Beispiel, die KfW gibt 80% Bürgschaft. Oder, wenn du in deinem Bundesland, so wie bei uns in Berlin, eine Mikrodarlehen beantragst, dann brauchst du keine Bürgschaft. Das heißt, hier haftet zu 50% das Land Berlin und die anderen 50% die EU. Das heißt, du schließt bei diesen Mikrodarlehen zwei Verträge ab, 50% mit europäischen Förderprogrammen und 50% mit Landesmitteln. Das bedeutet, du kriegst überhaupt Geld und hast letztendlich diese Bürgschaftsgebühren nicht zu bezahlen und das Dritte ist, du hast häufig noch eine tilgungsfreie Zeit. und die entsprechenden Zinsen, die sind noch stark subventioniert, denn dein Risiko, dass du als Gründer das nicht zurückbezahlen kannst, das ist relativ hoch und das wird aber nicht eingepreist mit 15, 20, 30% VC oder Risikoaufschlägen, sondern du hast dann nur 5, 6, 7, 8, also auf jeden Fall eine einstellige Prozentrate und das ist auch Geld, was du nicht bezahlen musst, aber eigentlich bezahlen müsstest. Zusätzlich gibt es noch Landesprogramme, Startgelder, die kannst du auch beantragen, auch die sind subventioniert. Hier reden wir von mindestens 1,5% nur der Bürgschaftsgebühr, die entfällt und das sind bei 100.000 oder 125.000 beim KfW-Startgeld beispielsweise schon ein großer Betrag, den du zu Beginn bezahlst und laufend für jedes Jahr bezahlst. Und das sind alles Gelder, die dann entfallen können für dich plus natürlich die tilgungsfreie Zeit von ein oder zwei Jahren, die du dann als Liquidität auf deinem Konto nach der Gründung auch merkbar spüren wirst. Und dann gibt es noch das große Portfolio an sonstigen Förderprogrammen, wo du echte Zuschüsse bekommen kannst, weil vielleicht deine Gründung politisch relevant ist, weil das Land oder die EU möchte, dass hier neue Startups entstehen oder weil es ein Risikothema ist oder weil es einfach ein Thema ist, was sich viele Gründer nicht leisten können, wie Messeauftritte oder Patent- und Markenanmeldung. Hier gibt es also echte Zuschüsse, die nach dem Prinzip Pass pro Toto, also wenn du 50% ein Kapital mitbringst oder Investoren mitbringst, kriegst du das Gleiche vom Land oder von der EU oder von den Fördermittelträgern nochmal hinzu. Das macht aber nur Sinn, im Einzelfall zu prüfen, wenn du tatsächlich echte Innovationen hast, die politisch relevant sind oder du bestimmte Voraussetzungen mitbringst, die tatsächlich auch förderrechtlich auch subventioniert werden, meistens nur für eine gewisse Zeit. Als Coach, Trainer, Berater ist das selten so, dass du eine echte Innovation hast, es sei denn, du entwickelst eine besondere App, die über biometrische Daten letztendlich in neuronalen Strukturen automatisch umprogrammiert. Aber nun, wenn es das gibt, dann kannst du natürlich auch hier Zuschüsse in 5- oder 6-stellen Bereich erwarten. In der Regel aber sind diese Programme hier für dich das ultimative Mittel, weil du letztendlich Zuschüsse bekommst, weil du fast keine Zinsen bezahlst, selbst wenn du Darlehen bekommst und weil die Beratung auch noch bis zu 100% finanziert wird. Und deine Fixkosten nun dir, rate ich dir am Anfang, gering zu halten. Starte also auch hier entweder aus dem Coworking Space oder Homeoffice, sodass du keinen Druck hast und die Mittel, die du hier bewilligt bekommst, auch ausreichen. Wenn du hier Unterstützung brauchst, entweder bei der Beantragung der größeren Förderprogramme oder bei den Standardförderprogrammen und du auch diesen Gutschein nutzen willst, dass du auch wenig Beratungskosten am Anfang dann selbst tragen musst und vielleicht Geld dann später hast für dein Marketingkonzept oder Salesprogramme, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich, Teil der Lösung zu sein von deiner Gründung und ich bedanke mich auch dafür hier schon, wenn du uns weiterempfehlen willst oder wirst und vergiss nicht, die Glocke und das Abo hier zu hinterlassen, dann wirst du über weitere gute Videos informiert. Jetzt wünsche ich viel Erfolg und ich glaube, dass wir im Vergleich zu internationalen Märkten in Deutschland noch ganz am Anfang liegen mit den Gründungen im Bereich Coaching, Training und Consulting. Dein Daniel Schiefer.